So Freunde, jetzt schauen wir uns das ganze mal hier im Schattenlabor an. Oh! 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 Oh, das ist ein bisschen, Tupi! Oh! 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 Ich hab' ich ja gar keine Chance, ey. Tränen, Schatten, ey. Das ist mal wieder hier für die Profis, ja? Geht durch! Alter, hab ich auch mal? Tränen, Schatten, Ultra. Brutal, ey. Guck mal, ich treffe den ja gar nicht mehr. Junge! Was geht da? Boah, ey. Schatten herstellt, wofür? Schatten zum Blusen? Nee, alter, alter. Boah, yeah. Ich hab' mich getroffen. Ja, der hier blockt ja auch gar nicht mehr. Der hat ja noch geblockt. Ja. Ey, Mann ey, das hat so toll angefangen. Boah. 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 Ja, 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 ja. Darf ich nicht einmal? Nein, nein. Ich darf nicht. Junge! Oh, damn! Ja. Kommt schon! Junge, mach doch was! Alter! Nö, tot. So, jetzt habt ihr eure drei Schatten und jetzt. so. Kommt, wo ist ein Angriff? Schattenverstand gebildet. Was? Jetzt kämpf ich gegen mich selber, oder was? Das sieht man mal, wie einfach es ist, jetzt gegen mich zu kämpfen. Top. Uah! Ach, war noch nicht vorbei. Auê! W Divine! M So! Least mitge-direktion likenk. Und Fast. Das istushi. paar Karren nehmen undọienn蛮-direktion. Up hoch. Vig из Rakuten noch mal einmal. Ja, ja, ja. 就是. ULTRA-KOMBO! Ich bin Angst, dass dein Weg hier endet. SUPREME VIKTORY! So, was bringt das jetzt? Glückwunsch der Schatten ist lebendig geworden, ja, zum Schattenlabor. Schattendateien Hier ist es schon ein Versuch bei dem Kapstil deines Schatten. Du werde Schatten an den Höhlen ausrufen, um genauer Aufdüssen zu erhalten. Mit Schatten an den Mann. Wenn du wieder ein Schattenlevel behalten wirst, kannst du Schatten ausdrücken. Schatten an den Schatten, Schatten an den Schatten, Schatten an den Schatten, Schatten an den Schatten, Schatten an den Schatten. Schatten lösen. Hä? Ja, und äh... Was ist noch passiert? Aktivierer Schatten. Irgendwann musst du deinen aktiven Schatten auswählen. Im Moment hast du nur einen, aber bald werden es mehr sein. Ähm... Wie wurde es letztens? Weil du jetzt deinen aktiven Schatten... Hä? Versteh ich nicht. Schatten? 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 Wie viele Schatten kannst du besiegen, ohne unterzugehen? Schatten? Vordere Schatten heraus, um Schattenpunkte zu verliehen. Schattenbeste ist ja. Größte Anzahl. 9000. Survival. Habe es nicht ganz bestanden. Schatten herausfordern. Nach Freunden sortieren. Nach Freisortieren. Nach Stieger sortieren. Gerade. Ja, ich habe keine Freunde nach Freisortieren. Nach Freisortieren. Nach Stieger sortieren. Gerade. Ja, ich habe keine Freunde nach Freisortieren. Ich brauche noch Schattenpunkte, um zu kämpfen. Ich brauche noch Schattenpunkte, um zu kämpfen. Ich brauche noch Schattenpunkte. Wo sind denn meine Schattenpunkte? Ich habe doch 150 Schattenpunkte. Warum kann ich denn nicht? Hier. Ähm. Genau. Schatten aktivieren. Boom. Neue Schatten aktivieren. Schatten wiederum aktiv. Du kannst dein Schattenspiel sehen, indem du den Sieg oder Bremsen markierst. Äh. Ich habe wieder einfach. Es ist gar nichts. Ich will doch einfach nur mal kämpfen. Schattenpunkte. 150 Schattenpunkte. So. Jetzt lass mich doch mal hier. Igel. Das. Igel. Achso. Ne. 50 Schattenpunkte. Du hast nicht genügend Schattenpunkte. Um Kittencream herausfordernd brauchst du mindestens 1000. Warum? Achso. Das ist auf der erste Platz. Warum muss ich denn hier? Gibt es hier keine Schwäche? Das war es schon. Gibt nur 13. Zumindest 500. Möchtest du mindestens 1000? Das kostet 0 Schattenpunkte. Ja. Ich konnte nicht abgeladen werden. Ich konnte nicht abgeladen werden. Oder? Siege da. 20 Siege. Machen wir lieber hier so einen. Oh. 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 Warum? Wonach? Was? Was? Spielerkarte. Ich hatte eine Herausforderung. Beste. Ne. Ich will nicht Beste. Ich will einfach nur mal gegen irgendwas einkämpfen. Aber hier kann nichts abgeladen werden. Geht nicht. Wahrscheinlich offline oder so ein Quatsch. Hm. Was ist das hier eigentlich? Zahlen und Vorspringen? Ach. Hier wird ein Schatten runtergeladen. Gucken wir uns das mal an. Oh. Guck mal. Da tut sich was. Guck mal. Guck mal. Kombo-Breaker machen wir jetzt erst mal hier im Fett-Down-Head-Typie. Kommtisch. Einfach angefallen, jawoll. Kommt, 체kmische R Associate. Kommt, 체kmische R,ишra, Hanggren medioehr! Kommt, relie-Kommst! Ey. Kommt, unser Raktors! Jetzt langt er aber hier ordentlich zu, du. Hallo. Och, Mann, eben war der doch so schlecht. Ich bin Angst, dein Weg enden hier. Awesome victory! I'll kill you. I'll kill you. FIGHT ON! Master Humboldt! Brutal! Hyper Combo! Master Humboldt! Hyper Combo! Tiger Combo! Master Humboldt! Tiger Combo! Master Humboldt! Master Humboldt! Ready? FIGHT! Master Humboldt! Master Humboldt! das ist nicht wahr nö und den Fall stopp wow ich hab einen Kampf geschafft beim zweiten schon verloren Siegesserie 1 Wahnsinn komisch komisch ja ja ok das ist dann hier das schicke Schattenlabor naja so Job ja 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 und